Ich will jetzt dieses Wasser finden. Ja gut, aber ja, warte ich, ja, hier muss das, ja, hier muss das Wasser irgendwie sein. Hm? Hier muss das Wasser irgendwie sein. Wetten, du findest das jetzt gleich wieder? Ja, das muss hier irgendwie sein. Und ich meine, ja doch, also hier ist schon mal Eisen, das ist schon mal Grösche. Eisen hab ich auch gefunden. Mach ich das jetzt hier direkt mal ab. Nehm ich das jetzt mal. Ach, Kohle. Ja, dann mach du mal da weiter, ich, äh, hier du unter mir musst du in der Krasse sein. Hm, aber sehr weit nach unten kann es nicht mehr gehen. Äh, hast du noch Eisen, Eisenspitze? Ja, kannst du haben, warte. Warte. Gold ist hier nämlich. Äh, warte. No, oder? Da. So. oh 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 ich weiß jetzt genau auf der anderen seite wo du eben gegraben hast ja ja hier ja hier ja hier ist es, komm mal her ja ich bin dabei ich geh mal hier hoch einfach gut geh da einfach hoch da wo Copystone ist ja da kommst du hoch äh ich will irgendwie... ah oh ja ah oh ja fuck äh hier war hier war hey warum ist da hinten keiner mehr ja scheiße haha naja komm mal klar bis ich mich schalziere hoch oh ich höre jetzt links Wasser bisschen wenig Licht hier das war's das ist doch immer schön sehr schön ja ich will... also ist hier das Wasser ah... kannst du ja jetzt abbauen ja jetzt habe ich es gefunden das Wasser mach direkt mal zu oder würde ich mal sagen ja jetzt habe ich es aber gefunden ohne dass es hier reinläuft höhle 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 was noch mehr ganz ruhig juhu noch mehr da oder unten ist huaah ich will... ich will die Lava behalten bevor du jetzt meckerst so ich will den Lava aus Lazuli scheißegal scheißegal ganz Waben kommt gleich in die Kiste ganz einfach ja wir teilen uns ja sowieso alles obsidian aber ich glaube wir brauchen Dings oh mal Dings ne ja Dings genau Dings meine ich wenigstens keine Lava mehr ups ja voll der Durchgang hier ey oh also oh warte ich muss erstmal hier hochkommen so das gefällt mir noch nicht als Notausgang lässt sich sowas nicht verkaufen dat lässt sich doch schon verkaufen dat nicht bäckchen das war die Fackel weißt du was ich hab doch jetzt ziemlich viel Eisen oder wie viel hab ich denn wenn ich denn finde 34 dann mach ich mir jetzt eine Craftingbox dann ein Ofen dann dann brenne ich das äh Eisen ja und dann hol ich mir die Lava denn ich glaub wir finden diesen verdammten Ort hier nicht wieder ich glaub auch nicht deswegen geh ich mal auf Nummer sicher und nimm das so mit zack zack ja klasse zack hier ein bisschen ach tue ich die Hälfte rein da rein das gefällt mir brauche ich noch ein bisschen Holz mach mir noch ein paar Stöcker denn meine Flöcke nehmen ja aus ja Stöcker gut das reicht ah erste Eimer ja hm Problem ist ähm dass wir jetzt auch äh zurückfinden müssen ist glaub ich nicht das Problem ich hab eigentlich schnurgerade gegraben also wenn wir den Weg da hoch finden der da hinten zocker ist ja gut dann ist das kein Problem ist das kein Problem so drei Eimer so drei Eimer oh mein Inventar ist langsam voll meins ist überhaupt nicht voll dann kannst du mir da was abgeben du gib mir einfach irgendwelche Sachen ich hab noch genug Platz gut das reicht erstmal denn ich musste ja auch wieder abreißen ach lass mal die erstmal fertig machen ja genau während ich mir hier die Lava hole weh ich fall da rein ey ja hier ist ja Wasser naja ja stimmt äh drei weniger äh also sieben ok dann ist ok oh wie geht tief geht äh ja jetzt ist das nur fließend und ich kann ihn nicht mehr nehmen wetten doch geht noch das finde ich jetzt schön bastel ich mir noch ein paar Eimer Wasser kann ich eh hinterher noch gebrauchen was machst du jetzt damit genau irgendwas schönes wieder und die mache ich auch noch eine Spitzsacke ja hier ja aus Eisen ja gut dann 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 vertippt gut wo bist du hin? ach da unten hier unten hier kannst du noch ein bisschen Zeug nehmen ja so dann haue ich mich jetzt mal in die Ecke und gehe ich mal auf Klo ok also darf ich es mir doch mal nehmen gleich ja bis gleich hier nicht alles hier nicht hier aber hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, verdammt. Verdammt, was war das? Verdammt. 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 Ah, ich habe fast alles. Oh, fast. Verdammt. 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 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 29. Hä? Hä? Aha!